Musik Ach, heute mache ich mir mal einen ganz entspannten Nachmittag. Ich habe hier dieses schöne Pferdebuch, das habe ich schon ganz lange und habe es noch nie gelesen. Das werde ich heute ganz in Ruhe durchlesen. Emma ist ja nicht da, die will heute nicht mit mir spielen. Da habe ich richtig Zeit für mich. Ich werde mir noch von oben aus meinem Bett die Decke holen und dann baue ich mir unter meinem Bett eine richtig gemütliche Höhle. Das wird schön und schön kuschelig. So, meine Höhle ist fertig, dann kann es ja losgehen mit dem Lesen. Hannah, Hannah, wo bist du? Hey, Hannah, Hannah, ich muss dir was erzählen. Ach, Julian, ich bin hier unter meinem Bett und ich will meine Ruhe haben. Also, okay, okay, also was ich ja sagen wollte ist, I like to move it, move it, I like to move it, move it. Haha, du dachtest jetzt nicht irgendwas ganz Wichtiges, oder? Also, ich wollte nur kurz tanzen. Äh, Hannah, mir ist langweilig. Können wir nicht irgendwas spielen? Nein, Julian, guck mal, ich habe hier dieses Pferdebuch. Das möchte ich heute lesen. Oh, ein Pferdebuch. Geh mal her, geh mal her, geh mal her. Ja, anhalt, Julian, das ist meins. Haha, ich schaue mir doch nur kurz die Bilder an und wenn du dein Pferdebuch haben willst, dann hol sie doch einfach. Ach, Julian, stopp. Oh Mann, ich glaube, das wird dann nichts mit dem ruhigen Nachmittag. Julian nervt schon wieder. Halt, Julian, was hast du denn davor? Na, möchtest du jetzt ein Toilettenbuch oder so? Also kein Pferdebuch mehr, sondern weil wenn du die Toilette schmeißt, dann ist es ein Toilettenbuch, verstehst du? Das ist meins. Julian, das ist echt unfair. Willst du kein Toilettenbuch? Nein, das ist mein Buch und das wollte ich jetzt in Ruhe lesen. Gib mir das sofort zurück. Ja, gut, okay, es wird doch kein Toilettenbuch. Aber trotzdem, dafür musst du sie erstmal holen. Du bist viel zu langsam. Stopp, gib das endlich stehen. Haha, na, komm doch, komm doch, komm doch, komm doch, wenn du nicht traust. Ich komm ja schon, aber gib mir doch endlich das Buch wieder. Nö. Papa, Papa, hilf mir. Julian hat mein Buch geklaut. Klasse. Ja, ja, ich bin gleich da. Ich kann das Buch ja auch einfach verstecken, weil wenn ich das Buch nicht habe, dann habe ich es halt nicht und die müssen es erstmal finden. Also jetzt ist mir nicht mehr langweilig. So ärgern und so, das macht eigentlich ziemlich Spaß. Also, wenn ich nicht geärgert werde. Julian. Was denn? Jetzt gib mir mein Buch zurück. Welches Buch? Ich habe doch gar kein Buch mehr. Guck doch mal, ich habe nichts in den Händen und hier im Bett ist auch nichts. Also, ich weiß nicht, wo dein Buch ist. Ich habe es nicht mehr. Tja, das hast du dann davon. Hey, hey, was wird das? Wenn du mein Buch hast, dann nehme ich dein Skateboard. Hey, hey, jetzt wird es persönlich. Jetzt gehst du zu weit. Lass mein Skateboard los. Also, mit meinem Skateboard, das darf keiner anfassen außer mir. Außer ich erlaub es dir. Hey, runter von meinem Skateboard. Bist du jetzt total verrückt geworden, oder was? Ich stelle mich jetzt mit in mein Zimmer, bis du mir mein Buch wiedergibst. Ja, das kannst du nicht abschminken. Aua, jetzt bin ich runtergefallen. Mir doch egal. Oh Mann, das hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Und weißt du was? Jetzt fahre ich mit diesem Skateboard in dein Zimmer. Halt, jetzt warte doch endlich. Stopp, Julian. Du kommst hier nicht rein. Wenn du mir das Buch nicht wiedergibst, na gut, dann behalte es halt. Dann mache ich irgendwas anderes. Aber hör auf, mich zu nerven. Ich will jetzt endlich einen ruhigen Nachmittag haben. Ja, ja, natürlich. Ich fahre schon wieder weg. Klar, natürlich. Gerne. Oh, hoffentlich bleibt Julian jetzt weg. Geht's in mein Zimmer. Dann will ich endlich meine Ruhe haben. Ich baue jetzt einfach meinen Tisch hier vor. Dann kommt er hier nicht mehr rein. Äh, Hannah, du wolltest irgendwas von mir. Was ist denn los? Ach, das hat sich schon erledigt, Papa. Julian hat mich genervt. Aber jetzt habe ich mir eine eigene Tür vor mein Zimmer gebaut. Der kommt hier nicht mehr rein. Wart mal, wart mal, wart mal, wart mal ganz kurz. Das heißt, ich bin jetzt völlig umsonst die ganzen Treppen hier nach oben. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, super. Ach, ich hätte so gerne das Buch gelesen. Aber dann gehe ich jetzt einfach so in meine Höhle und kuschel mich ein bisschen ein. Also, manche sagen ja, Kinder sind manchmal echt anstrengend. Und dann sage ich eigentlich, nee, nee, komm, sie sind doch eigentlich super süß. Und dann passiert sowas und dann denke ich mir, jo, er hat recht. Oh, hey, vielen Dank. Also, das wäre doch jetzt nicht nötig gewesen, hier eine Rampe für mich aufzubauen. Also, womit habe ich das denn verdient, Hannah? Vorsicht, hier kommt Julian. Julian Vogel. Oh, das hat ja klasse geklappt. Oh, Julian, nein. Ich habe doch extra eine Tür vor mein Zimmer gebaut. Ja, tut mir leid. Dann hättest du nicht diese Rampe aufbauen müssen. Es passt doch nicht auch noch mein Bett um. Oh, was ist das denn da? Ich nehme mir dann hier den Laptop mit. Na, bis später. Ach, Julian, das ist mein Laptop. Also, jetzt bleibt er erstmal bei mir. Und vielleicht kann ich ja mal Minecraft zocken oder irgendwas anderes oder ein neues Spiel. Heute ist Julian echt besonders nervig. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Aber Moment. Er hat sein Skateboard hier vergessen. Das gibt Rache. Hm, da kommt mir noch eine ganz besondere Idee. Dafür brauche ich aber noch was unten aus der Garage. Der wird echt blöd gucken, wenn ich ihm sage, dass ich sein Skateboard durchsäge, wenn er mich weiter nervt und wenn er nicht mein Buch zurückgibt und den Laptop. Hallo, Julian, guck mal, was ich hier habe. Was ist das? Ich kann gerade nicht gucken. Was hast du denn da? Was hast du da mit meinem Skateboard vor? Na, soll ich dein Skateboard durchsägen? Lass es bitte los. Lass es bitte. Wir können doch verhandeln. Hey. Lass das. Hey, was soll das? Bist du total verrückt geworden? Wenn du mir nicht sofort mein Buch zurückgibst und den Laptop, dann säge ich dein Skateboard durch. Lass es doch nicht zu. Weg damit. Oh, aua. Jetzt hast du mir die Säge aus der Hand gehauen. Ja, mit einer Säge bist du total verrückt geworden oder was? Total verrückt. Der Einzige, der total verrückt ist, ist Julian. Nein, gar nicht. Guck mal. Wie wäre es mit einem neuen Laptop? Oh, Mann. Hälfte, was sagst du dazu? Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich gehe jetzt einfach in mein Zimmer. Oh, natürlich mache ich nichts. Ich lasse den Laptop so sein. Ich kriege voll Ärger von Papa. Aber das kommt jetzt alles schön auf mein Bett. Weil ich bin jetzt noch mit Julius verabredet auf dem Spielplatz und ich kann jetzt keinen Ärger gebrauchen. Habe ich das gerade richtig gehört? Julian ist jetzt auf dem Spielplatz verabredet mit Julius? Da kommt mir doch eine Idee. Hey, Julian. Na, du willst auf den Spielplatz gehen? Ja, wieso fragst du denn? Ach, Julian. Lass dich mal am Arm. Komm, wir vertragen uns wieder. War doch alles nur ein Scherz eben, oder? Ja, oh gut, okay. So, ich bin jetzt weg. Ganz viel Spaß auf dem Spielplatz. Ja, danke dir auch. Wird bestimmt ganz toll heute. Lass mein Skateboard in Ruhe. Ha, mit diesem Schild wird ja wohl viel Spaß haben. Naja, eins habe ich wohl doch von Richie gelernt. Ist zwar fies, aber Julian hat es echt heute verdient. Tschüss, bis später. Viel Spaß. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020